1. Wieso seid ihr so geil? 2. Wieso ist der Flo so geil? Wir sind saugeil. Auch im echten Leben saugeil. Wir sind saugeil. Immer wenn ich tänker eher alles. Als nein geht es darum alles. da jetzt die welt komplett den text vergessen Das muss man so zuhören. Ihr habt euren Reifen. Na! Szene 3, take 4. Yes, mein Mädchen. Du bist mein Mädchen. Wir sind hochmotiviert. Jeha!